Gerade im Bullenmarkt kommen halt viele neue rein, die dann über den Preis, oh, der Bitcoin ist jetzt irgendwie über 50.000 Dollar gestiegen und dann fangen Leute an, nämlich zu sagen, ich muss jetzt auch investieren, weil sonst verpasse ich den Zug. Das ist natürlich genau der falsche Zeitpunkt dann zu kaufen, wenn der Preis schon stark gestiegen ist. Aber das ist halt schon die Realität, dass halt viele kleinen Investoren über den Preis dann ja auch reinkommen. Hi Leute, ich bin der Marc, ich begrüße euch zur Bitcoin Hotel Show und ich habe hier einen Jan Wüstenfeld. Wir schauen uns heute verschiedene wirtschaftliche Zusammenhänge an, werden ein paar Mythen demystifizieren. Und bevor wir losstarten, stell dich ganz kurz vor. Ja, hi Marc, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin genau Jan Wüstenfeld. Viele kennen mich vielleicht auch von Twitter, wo ich meine Marko-Analysen poste oder auch was zur Onchain, also was einfach bei Bitcoin so auf der Blockchain passiert und wo ich genau viel zu analytisch unterwegs bin. Sehr cool. Das heißt, wir starten relativ einfach. Warum sollte man weniger ausgeben, als man einnimmt? Warum sollte man weniger ausgeben, als man einnimmt? Also, das ist zumindest etwas, was man jetzt tun sollte. Also, wenn es rein um den Konsum geht, dann ist das ja auf jeden Fall, dass man jetzt nicht irgendwie anfangen sollte, für Konsum irgendwie Kredite unnötig aufzunehmen. Ja, natürlich kann es ja sein, Situationen gehen, wenn man irgendwie Investments tätigt, irgendwie als Unternehmen zum Beispiel. Kann es natürlich sinnvoll sein, auch mal einen Kredit aufzunehmen. Aber grundsätzlich muss man ja dann auch eine Perspektive haben, dass man den Kredit wieder zurückzahlen kann. Okay, das heißt, das ist schon mal so eine wirtschaftliche, gute Grundlage, wenn mehr reinkommt, als man ausgibt. Genau, auch natürlich langfristig, weil wenn man spart und auch mehr reinkommt, kann man sich vielleicht auch in Zukunft größere Sachen leisten oder mehr leisten, wenn man dann das Ersparte hat und damit was machen kann. Ja, und jetzt müssen wir mal genauer schauen, was gerade so abgeht bei uns in der Wirtschaft. Jetzt gibt es ja viele Leute, die behaupten, die Inflation hat nichts mit Geldmengenausweitung zu tun. Und da habe ich ja auch einen Chart mitgebracht von dir. Ja. Warte, ich zeig mir jetzt. Und kannst du uns ganz kurz erklären, was man hier jetzt auf dem Chart sieht und ob das wirklich so ist, dass die Inflation mit der Geldmengenausweitung nichts zu tun hat? Ja, also auf dem Chart sehen wir halt die Geldmenge des US-Dollars. Jetzt in dem Fall M3, also es gibt ja unterschiedliche Geldmengen, die dann weiter oder nicht so weit gefasst sind. M3 ist in der Regel das, wo das meiste drin ist. Und zeitgleich ja den Konsumentenpreisindex, also auch so zu sehen, die Inflation. Und was man da auf dem Chart sehr schön sehen kann, ist, dass die Geldmenge steigt an über die Zeit und Güter werden über die Zeit genauso auch teurer. Also kann man schon sagen, dass zumindest über die mittlere Frist, lange Frist da schon ein Zusammenhang besteht. Also wenn die Geldmenge wächst, steigen auch die Preise über die Zeit. Das heißt, es gibt auf der einen Form dann wirklich die Geldmengenausweitung. Das ist dann aber kein direkter, sage ich mal, kein direkter Inflationstreiber, sondern indirekt. Das braucht dann natürlich, bis das sich auch in der Inflation ausspielt. Und dann gibt es aber auch noch externe Faktoren. Genau, also es kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, was passiert mit dem Geld, was ausgeweitet wurde. Und zumindest so nach der Finanzkrise haben wir das ja auch gesehen, Geldmengen wurden ausgeweitet. Und wir haben jetzt ja gar nicht so erstmal die Inflationsraten gesehen. Also zumindest in den Konsumentenpreisindex haben wir das nicht gesehen. Was aber ja auch damit einfach den Teilen zusammenging, dass wir unter anderem viel von diesem Geld einfach im Finanzsektor hängen geblieben ist für Spekulationen. Wo dann einfach zum Beispiel in Aktien investiert wurde oder auch in Häuser, die natürlich auch dann über die Zeit teuer geworden sind. Weil das Geld ist halt da gewesen und was macht man dann mit dem Geld, wenn man es jetzt nicht konsumiert? Und dann wurde es halt irgendwo rein investiert, wo man dann gehofft hat, dass der Wert halt auch erhalten bleibt. Also reine Spekulation teilweise dann auch mit Häusern, Wohnungen zum Beispiel. Ja, und jetzt hast du was Interessantes, ja, offengelegt oder nicht offengelegt, was Interessantes gepostet. Das heißt, wir kennen alle die Inflation, die Preise werden teurer. Dann gibt es die Schränkflation, das heißt, die Packungsgrößen werden kleiner. Und jetzt gibt es die Skimflation. Was ist Schränkflation und was ist Skimflation? Also Schränkflation ist so im Prinzip, wenn man vor ein paar Jahren irgendwie noch die 100 Gramm Tafelschokolade bekommen hat für, ich sage jetzt einfach mal einen Preis 3 Euro. Dann kriegt man jetzt vielleicht oder hat man dann einfach, kriegt man für den gleichen Preis eine Tafelschokolade, die halt dann nur noch 80 oder 90 Gramm zum Beispiel hat. Das wäre dann Schränkflation, Schränkflation. Wo einfach die Packungsgröße von Gütern quasi schrumpft, damit man zumindest den Konsumenten dann suggerieren kann, die Preise sind nicht teurer geworden. Ja, muss man natürlich dazu sagen, in den Inflationszahlen wird das schon berücksichtigt. Also das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt als Beispiel wieder zu dem Beispiel Tafelschokolade, wenn die mal jetzt fiktiv gesehen mal 3 Euro gekostet hat. Und jetzt, also die 100 Gramm Schokoladentafel und wenn jetzt quasi man immer noch eine für 3 Euro bekommt, aber nur noch 80 Gramm Schokolade, dann wird das schon berücksichtigt in den Inflationszahlen. Aber man hat halt den Effekt, dass vielleicht der Konsument das selber nicht so direkt merkt, dass es irgendwie teurer geworden ist. Und was ist das mit der Skimflation? Skimflation ist dann in dem Sinne einfach, dass in den Gütern einfach billigere Substitute eingesetzt werden. Dass dann statt irgendwie einem besseren Lebensmittelöl dann irgendwie was Billigeres eingesetzt wird, wo einfach die Qualität schlechter ist. Das heißt, genau die Qualität geht runter. Wahrscheinlich nicht bloß bei den Produkten, auch beim Service, dann hat man zum Beispiel weniger Service für den gleichen Preis. Zum Beispiel, das könnte ja auch sein, wo einfach dann Einsparungen getroffen werden. Ja, und jetzt ist es ja so, die Inflationszahlen, zumindest hier in Deutschland, gehen jetzt so langsam zurück. Aber kannst du vielleicht erklären, was das Gefährliche und das Verwirrende ist? Weil viele Leute denken jetzt, die Preise werden billiger, wenn die Inflation zurückgeht. Aber das ist ja nicht so. Genau, also im Prinzip, was wir jetzt ja haben, die Inflationszahlen gehen zurück. Aber das heißt ja letzten Endes nur, dass die Preise weniger schnell steigen, als wir das jetzt noch vor ein paar Monaten gesehen haben. Genau, das heißt jetzt nicht, dass die Güter einfach wieder günstiger werden. Sondern wir werden nur weniger schnell teurer, weil das auch immer auf Einjahressicht berechnet wird, oder? Ja, also es kommt ja immer darauf an, welche Inflationszahlen man sich anschaut. Also es gibt ja die meistgeteilte Zahl, ist ja eigentlich immer die Jahreszahl, also wo man dann vergleicht zum Vormonat, also dann jetzt zum Beispiel den August vergleicht mit dem letzten August. Aber man kann natürlich auch die, also was man auch vergleicht, ist natürlich, okay, wie sind jetzt die Preise, wie haben die sich verändert vom zum Beispiel Juli zum August hin? Ja, das ist dann auch mal eine Zahl. Ja, und dann hat nämlich hier die EZB jetzt eine sehr spannende Statistik gepostet. Ich zeige dir das mal. Da sieht man jetzt hier die Inflationszahlen und wie die zum Beispiel bei 2022 hatten wir 8,4 Prozent, 2023 waren es 5,6. Und jetzt prognostizieren die hier 2024 sind wir bei 3,2 und 2025 sind die wieder bei 2,2 Prozent. Ist das eine seriöse Prognose, weil die Zentralbanken, die sind ja teilweise auch schon falsch gelegen in ihrer Prognose? Also jetzt ganz auch unwertig, also es ist natürlich schwieriger zu sagen, okay, das kann tatsächlich ja sogar so eintreffen. Aber letztlich muss man sich auch immer wieder anschauen, die Zentralbank muss ja versuchen, auch glaubwürdig zu vermitteln, dass sie wieder auf diese 2 Prozent zurückgeht. Und in der Vergangenheit haben wir das genau andersrum gesehen. Da haben wir ja dann niedrige Inflationsraten an 2 Prozent gehabt. Und die Vorhersagen der EZB und vielleicht auch anderer Zentralbanken waren immer, okay, oh Wunder, wir gehen auf die 2 Prozent zurück, weil das ist das Inflationsziel. Und ja, wenn man sich dann die Genauigkeit der Prognosen oder das Eintreffen anschaut, ist es halt in der Regel nicht eingetroffen. Und ja, es ist letztlich einfach etwas, was die Zentralbanken natürlich auch mehr oder weniger bei Design prognostizieren müssen auf die Dauer. Ja. Und was werden denn jetzt Faktoren, die wogegen die Skala hier sprechen würden? Das heißt, was wären jetzt Inflationstreiber, die aktuell bei uns im Wirtschaftsgeschehen da sind, die wogegen, sag ich mal, eine Rückkehr zum Inflationsziel sprechen würden? Weil da gibt es, glaube ich, einige. Was mir jetzt so einfallen würde, wäre zum Beispiel, was ja jetzt auch viel kommen würde in Zukunft, auch Stichwort so Klima, CO2-Ausstoß, was wir so in der Ruhe zum Beispiel haben, CO2-Bepreisungen, Steuern, die dann natürlich auch tendenziell dafür sorgen können, also wenn wir jetzt nicht einfach Energiequellen substituieren können zu CO2-neutraleren, dass dann da auch die Preise natürlich mit beeinflusst werden von zum Beispiel Benzin, Diesel etc. und natürlich auch anderen Produktionsprozessen. Ja, ich glaube, es gibt noch viele weitere Faktoren. Ich glaube, brauchen wir jetzt auch gar nicht auf alle einzeln eingehen. Aber was ja jetzt spannend ist, das heißt, die EZB, die muss jetzt irgendwie gucken, dass die Inflation wieder runtergeht. Und du hast ja jetzt so, auf der einen Seite kannst du dann natürlich die Zinsen heben, aber wenn du natürlich die Zinsen hebst, dann hast du wieder das Problem, dass theoretisch deine Wirtschaft Gefahr geht, gegen die Wand zu fahren. Das heißt, kann man das prognostizieren? Denkst du, dass irgendwann eine Zinswende kommen wird oder kann die EZB jetzt einfach unendlich lange die Zinsen erhöhen? Unendlich lange nicht. Also es ist natürlich schwierig zu sagen, wann das kommen wird, die Zinswende. Aber ja, letztlich sind natürlich diese höheren Zinsen auch die Idee, dass man Kredite teurer macht und dadurch natürlich dann auch die Wirtschaft abschwächt, was ja dann auch Effekte auf die Inflation hat. Also wenn wir eine schwache Wirtschaft haben, auch mit schwacher Nachfrage vor allem, dann kann man natürlich damit die Inflation in den Griff bekommen. Aber es kann ja irgendwann der Punkt kommen, dass durch diese hohen Zinsen wir in Rezensionen schlittern oder dass dann Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und dann irgendwann wieder der Punkt kommt, wo dann Zentralbanken sagen müssen, okay, wir haben jetzt wieder abschwächende Wirtschaft. Idealerweise dann natürlich auch wieder mit fallenden Inflationszahlen. Und dann sagt dann die EZB oder auch die Zentralbank zum Beispiel, wir müssen jetzt wieder die Zinsen senken, um jetzt nicht die Wirtschaft komplett abzuwürgen. Ja, und jetzt gibt es ja nächstes Jahr das nächste Bitcoin-Highwinning. Und viele Leute gehen auch davon aus, dass in das Highwinning eventuell auch die Zinswende reinfallen müsste, könnte, sollte. Was ist da dein Take dazu, weil das wäre ein ultra-bulliger Preistreiber. Vielleicht kannst du auch nochmal den Zusammenhang, wie das zusammenhängt, wenn die Zinsen fallen, warum das auch ein Preistreiber für Bitcoin ist? Also ich würde sagen, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir das sehen können. Und wenn das halt passiert, das wäre natürlich eine perfekte Kombination, Having, wo die Menge der Bitcoin, die je Block ausgegeben wird, halbiert wird, plus niedrige Zinsen. Das wäre halt natürlich ein Preistreiber auch für Bitcoin, weil, ja, wenn die Zinsen wieder gesenkt wären, dann ist es ja auch wieder günstiger, Kredite aufzunehmen. Das heißt, wirtschaftlich ist das ja, also das ist ein Positiv für Unternehmen. Aber es, wie ich auch schon erwähnt habe zum Beispiel, dass dann viel auch Geld einfach im Finanzsektor unterwegs ist. Und das würde dann auch, sicherlich würde das ja dann auch im Bitcoin-Bereich landen. Ja, und auf der anderen Seite gibt es jetzt die andere Theorie, dass quasi Amerika kurz vor einer Rezession steht. Da sieht man auch die inverse Zinskurve. Da gab es ja auch immer, da gibt es Leute, die sagen, das ist eine Tendenz dazu, dass Amerika oder Nationen in eine Rezession crashen. Und das wäre dann quasi der Gegenentwurf, nicht der bullische Entwurf, sondern der bärische Entwurf, dass quasi in das Halvening quasi die Rezession eintritt und Bitcoin noch nicht so entkoppelt ist vom Makromarkt oder vom generellen Markt, dass quasi Bitcoin mit in die Rezession gezogen wird. Ja, kurzfristig wäre eine Rezession halt erstmal negativ tendenziell, weil das ja heißen würde, die Wirtschaft, da geht es schlecht. Das heißt, den Menschen geht es ja dann auch schlechter, weil dann Leute tendenziell auch entlassen werden müssen. Und dann ist es ja auch logisch, dann müssen Menschen vielleicht an ihr Erspartes gehen oder dann auch ihre Bitcoin verkaufen zum Beispiel. Aber mittelfristig ist das natürlich dann wiederum positiv, weil dann ja die Zentralbank irgendwann reagieren muss und wieder über niedrige Zinsen den Anreiz schafft, mehr Geld in den Markt zu geben. Ja, das heißt kurzfristig negativ, aber mittelfristig positiv. Okay, weil natürlich dann auch wieder mehr Geld gedruckt werden muss. Das heißt, es gibt ja auch gar keinen Weg mehr wirklich raus aus der Gelddruckspirale. Man kann, ja, oder siehst du da einen Weg raus aus der Gelddruckspirale? Zumindest keinen, der jetzt irgendwie nicht schmerzvoll ist. Also das würde, wir haben ja ganz hohe Schuldenstände oder die Staaten nehmen ja auch immer mehr Schulden auf. Und zumindest langfristig sind Staaten, Unternehmen ja dann auch darauf angewiesen, dass sie sich günstig Kredite beschaffen können. Also jetzt bei den Beispiel Staaten, die haben ja, geben ja auch viele, nehmen ja viel Schulden auf. Und wenn sie jetzt zum Beispiel die USA neue Schulden aufnehmen möchte, ist es ja jetzt deutlich teurer als noch vor ein paar Jahren durch die gestiegenen Zinsen. Und zeitgleich laufen ja Staatsanleihen auch aus. Also Schulden, die werden dann zurückbezahlt. Aber in der Regel heißt das ja nicht, dass die Menge der Schulden wächst, sondern dann werden halt quasi wieder neue Staatsanleihen, Schuldtitel quasi ausgegeben zu höheren Zinsen. Ja, und das ist ja keine Dauerlösung. Und da muss halt langfristig, aus meiner Sicht, müssen die Zinsen dann auch wieder sinken. Und die Alternativlösungen werden halt irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, Schuldenschnitte zum Beispiel. Wie wir es ja auch mal in Europa dann gesehen haben mit südeuropischen Ländern. Und was wäre in dem Szenario, dass das Wirtschaftswachstum so boomt, dass wir quasi die Schulden wieder outperformen können? Da gibt es auch Leute, die sagen zum Beispiel jetzt mit dem KI-Fortschritt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass du so viel Wirtschaftswachstum generieren kannst. Was ist da dein Take dazu? Also das ist halt so, dass dann schon das Prinzip Hoffnung letztlich. Du müsstest darauf hoffen, dass jetzt auf einmal die Volkswirtschaft wieder sehr stark anfangen zu wachsen und dass KI da so ein starker Treiber ist. Schwierig vorherzusagen, aber letztlich finde ich, das ist so ein Ding, wir können jetzt nicht die Zukunft unserer Wirtschaft irgendwie auf dem Prinzip Hoffnung oder unser Handeln jetzt auf Prinzip Hoffnung, dass das schon alles irgendwie wird aufbauen. Und was ich auch spannend fand, ich habe jetzt natürlich eine Statistik gesehen, allein die Zinszahlungen der USA sind bei weitem größer als die komplette Marktkapitalisierung von Bitcoin. Das ist ja auch super spannend und jetzt hast du dich auch mit, du machst ja gerade deinen Doktortitel, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, wo du genau deinen Doktortitel machst und dann hast du dich beschäftigt mit verschiedenen Investoren, wie Kleininvestoren und wie Großinvestoren anlegen und dann kann man vielleicht mal auf die beiden Gruppen eingehen, wo die Unterschiede sind. Vielleicht aber erstmal, wo machst du gerade deinen Doktortitel? Genau, also ich promoviere in Volkswirtschaftslehre, ursprünglich bin ich eigentlich da auch mehr im Bereich gestartet, Entwicklungsekonomik, also wie sich Volkswirtschaft in den Entwicklungsländern entwickeln, vor allem in Bezug auf Handel, wenn die sich öffnen, was macht das mit den Industriesektoren? Aber wie das halt so ist, wenn man einmal in das Rabbitool-Bitcoin eingestiegen ist, bin ich irgendwann an den Punkt gekommen und gesagt, okay, ich muss auch irgendwie meine Forschungsarbeit irgendwie ein bisschen an Bitcoin ausrichten und mittlerweile ist das dann auch mein Hauptfokus irgendwie auf Bitcoin und da auch so ein bisschen die Kombination aus den Daten von der Blockchain, also On-Chain und wie sich Investoren verhalten oder der Bitcoin-Preis generell. Genau, das heißt, du schaust jetzt verschiedene On-Chain-Daten an, nimmst du da Glassnode-Daten oder was nimmt man da? Man kann da sehr unterschiedliche Daten nutzen, also in dem letzten Papier, was ich jetzt rausgebracht habe, habe ich Glassnode-Daten benutzt und an dem aktuellen Projekt, wo ich dran bin, was jetzt auch demnächst dann rauskommt, da bin ich dann vor allem bei zum Beispiel CryptoQuant, das ist auch ein anderer Datenprovider, die ich dann nutze. Okay, dann lass uns doch mal die Kleinanleger erst mal rangehen. Das heißt, was sind so die Muster, die man sehen kann bei Kleinanleger? Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Daten, die ich dazu genommen habe. Bei der Blockchain muss man ja immer gucken, Adresse ist ja nicht gleich Nutzer, also du oder ich, wir können ja ganz viele öffentliche Adressen haben und wenn man das ordentlich macht, generiert man ja auch jedes Mal wieder eine öffentliche Adresse, wenn man irgendwie Bitcoin empfängt, um jetzt halt nicht irgendwie einsehbar zu haben, wie viel Bitcoin liegen jetzt tatsächlich auf irgendeiner Adresse, wenn du mit irgendeinem quasi einen Austausch machst. Und da nutze ich ja dann die Daten von Glassnode, die das versuchen so ein bisschen rauszufiltern, also zu gucken, gewisse Adressen zu verknüpfen. Und ja, wie du angesprochen hast, haben wir da genutzt, diese Daten, um ein bisschen uns anzuschauen, wie verhalten sich größere Bitcoin-Besitzer im Verhältnis zu Klein. Und da insbesondere so quasi, wenn sich Sentiment ändert. Und genau, Sentiment ist quasi, man sieht das ja selber, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Es gibt gewisse Momente, da ist man ganz viel positiv, dann hat man so ein bullisches Gefühl auf Twitter oder auch mal irgendwie ein ganz negatives Gefühl auf Twitter, wenn da irgendwie ganz viele negative Sachen zu Bitcoin, Krypto, was auch immer gepostet werden. Und da gibt es halt auch Daten zu, die jetzt nicht nur Twitter nehmen, sondern auch Newsletter, Nachrichten generell filtern und dann abbilden, ob quasi die breite Masse positiv, zum Beispiel bullish gerade ist oder negativ, bearish. Okay, das heißt, jetzt angenommen, wir gehen jetzt mal vielleicht die zwei Szenarien durch, einmal bearish Szenario, einmal bullish Szenario, das heißt, angenommen jetzt, es läuft nicht so gut und gerade gehen wir auch ein bisschen seitwärts und so. Und wie verhalten sich dann Kleinanleger und wie verhalten sich dann Großanleger? Genau, so was wir uns angeschaut haben, im Prinzip, wie die sich verhalten, also ob die Kleinanleger zum Beispiel dann kaufen, wenn irgendwie gerade viel sich stark was auch ändert im Sentiment und was wir gefunden oder was wir finden, ist gerade, dass die Kleinanleger sehr viel stärker auf Sentiment reagieren. Was ja auch, wenn zum Beispiel Elon Musk einen Tweet macht oder so. Zum Beispiel, also was wir ja auch erwarten würden, also gut, jetzt Elon Musk selbst, das würde jetzt nicht das Sentiment, also sein Tweet alleine ist ja nicht das Sentiment, sondern das sind dann ganz viele Tweets zum Beispiel. Aber ja, da reagieren oder was wir finden, da reagieren kleine Investoren zumindest stärker drauf als große. Okay, und die Großen, die sind dann quasi, die haben quasi den Newsticker gar nicht so im Blick, sondern die haben quasi ganz klar ihr Investment, ihre Investmentstrategie im Ziel im Kopf und die richten sich dann ganz klar da danach. Zumindest ja, es ist das, was wir so finden oder es scheint so zu sein, dass die großen Investoren vielleicht anders reagieren in der Masse, also auf aggregierter Ebene. Also wir haben ja jetzt nicht individuelle Ebene, sondern aggregiert. Und letztlich ist das ja auch das, was wir erwarten würden, vielleicht große Investoren reagieren nicht so emotional oder die haben, das sind ja tendenziell vielleicht auch irgendwelche institutionellen Investoren oder welche, die deren alltägliches Geschäft investieren oder quasi kaufen, verkaufen von Assets ist. Und da gibt es dann vielleicht mehr eine Strategie, die nach anderen Faktoren getrieben ist, als jetzt irgendwie kurzfristig negativen oder positiven Schlagzeilen irgendwo. Aber schon gerade umgekehrt, was wir schon sehen, ist, wenn es sehr viel Bullish-Sentiment ist, dass wir gerade bei den kleinen Investoren viele sehen, die einkaufen. Und ich finde, da spricht auch vieles für, wenn man sich so das anguckt. Gerade im Bull-Markt kommen halt viele neue rein, die dann über den Preis, oh, der Bitcoin ist jetzt irgendwie über 50.000 Dollar gestiegen und dann fangen Leute an, nämlich zu sagen, ich muss jetzt auch investieren, weil sonst verpasse ich den Zug. Das ist natürlich genau der falsche Zeitpunkt dann zu kaufen, wenn der Preis schon stark gestiegen ist. Aber das ist halt schon die Realität, dass halt viele kleine Investoren über den Preis dann ja auch reinkommen zu Bitcoin. Und dann bist du auch noch auf viele andere Metriken eingegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Teil von deiner Studie war, wahrscheinlich eher nicht. Zum Beispiel, was ich hier spannend fand, zum Beispiel hier, das sieht man hier in der Grafik, da sieht man hier die Bitcoin-Exchanges. Und da sieht man, dass die Balances von den Bitcoin-Exchanges so niedrig sind wie 2018. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Was kann man zum Beispiel daraus ziehen aus der Grafik? Also grundlegend gibt es da schon was Gutes. Einfach unter dem Aspekt, dass scheinbar viele Leute lernen, okay, wir sollten unsere Bitcoin selber halten. Man muss natürlich dazu sagen, ein Teil davon ist natürlich auch sowas wie das Grayscale, Bitcoin gekauft hat zum Beispiel damals. Das sieht man auch in den Daten. Das sind natürlich auch Abflüsse von den Exchanges. Aber tendenziell scheint es schon so zu sein, dass wir da eine Bewegung sehen, dass mehr Bitcoin auch von den Börsen abgezogen werden. Und das ist unter dem Aspekt dann halt positiv allein, dass vielleicht Leute lernen, okay, es macht Sinn, seine Bitcoin selber zu halten. Und das kann man natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber erstmal ist es natürlich auch positiv. Weil je weniger Bitcoin erstmal auf den Börsen sind, desto weniger Bitcoin sind tendenziell auch zum Verkauf verfügbar. Natürlich können die auch wieder schnell auf die Börse geschickt werden, aber erstmal sind sie runter von den Börsen und werden vielleicht nicht so schnell verkauft wie Bitcoin, die jetzt auf der Börse liegen. Ja, genau. Das heißt, wenn die Preise steigen, dann haben natürlich mehr Leute wieder Anreize, Bitcoin auf die Börse zu schicken und dann wird sich das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder ändern. Ja, wobei natürlich dieser Trend, den wir jetzt sehen, einfach, dass es schon über lange Zeit quasi runtergeht, die Coins auf den Börsen, ist schon eher ungewöhnlich. Also das war zumindest davor nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt halt sehen. Ja, hast du dich auch mal damit beschäftigt, wie das mit dem Preis zusammenhängt? Weil der Preis von Bitcoin hängt ja auch ganz klar mit der Liquidität zur Verfügung. Das heißt, wenn es keine liquiden Bitcoin gibt, dann ist es natürlich auch ein sehr, sehr großer Preistreiber. Langfristig wahrscheinlich schon, aber man muss natürlich sagen, jetzt gerade über die letzte Zeit, also im Bärenmarkt, das ist sehr, also der Trend auf den Börsen halt fallend. Und der Preis ist ja trotzdem nicht gestiegen. Also ich würde es eher so als langfristig sehen, halt wenn dann, also die Liquidität wird natürlich jetzt gesenkt, aber zeitgleich müssen wir ja dann auch wieder eine steigende Nachfrage irgendwann haben, weil sonst passt das halt mit dem Preis nicht zusammen. Okay, okay. Ja, und ist jetzt auch interessant, die Hashrate, wir sind beim Bitcoin-Preis irgendwie die Hälfte vom All-Time-High, aber hier sehen wir auch den aktuellen Hashrate-Chart. Ja, das lernt man dann an. Und da sieht man, dass Bitcoin halt jetzt auf dem All-Time-High ist. Ist es so, dass die Hashrate dem Preis folgt oder folgt der Preis der Hashrate? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine so tiefe Meinung zu. Vielleicht so noch ein paar Gründe, warum wir jetzt starke, also wir sehen ja einen starken Anstieg der Hashrate generell jetzt im Moment. Und das, obwohl der Preis vielleicht jetzt nicht so stark noch angestiegen ist. Auf der einen Seite sind es vielleicht wirklich auch neue Projekte, wo es sich auch bei niedrigen Preisen lohnt zu meinen. Aber ich würde es auch noch so sehen, wenn wir jetzt irgendwie hohe Preise hatten im letzten Bullrun, da sind sicherlich auch viele, die dann gesagt haben, auch größere Miner. Wir bestellen jetzt Geräte, aber das Ding ist ja, die müssen ja auch erstmal produziert werden. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bestelle für 10 Millionen Dollar oder ist jetzt noch eine kleine Summe, aber Bitcoin Miner und dann nächste Woche gehen die Miner online. Gerade jetzt auch mit den Wirtschaftskrisen haben wir ja auch Lieferkettenprobleme gehabt. Da ist sicherlich dann ein Aspekt einfach, dass teilweise auch jetzt Equipment auch kommt, was vielleicht schon mal auch vorher, vor einem Jahr oder so bestellt wurde. Das ist natürlich alles nur Mutmaßung, aber ja. Ja, prinzipiell, wenn natürlich der Preis hochgeht, dann hast du theoretisch einen höheren Incentive, Hashrate zu generieren, zu akkumulieren. Und andersrum ist natürlich andersrum. Und je nachdem sind dann natürlich auch deine Profitabilitäten als Bitcoin-Miner unterschiedlich. Ja, letztlich macht es halt bei höheren Preisen tendenziell mehr Sinn, Miner anzuschalten. Ja, außer natürlich, da kommen schon irgendwelche Staaten dazu, die halt heimlich schon Bitcoin minen oder so. Das weiß man ja nicht. Oder es gibt halt Leute, die sagen, okay, sie meinen unprofitabel, weil sie einfach dem Netzwerk helfen wollen oder sowas in die Richtung. Aber im Endeffekt ist natürlich schon die Profitabilität schon noch entscheidend. Ja, also ich denke, gerade auf der, also den starken Anstieg, den wir ja sehen, der wird nicht von denen getrieben, die jetzt sagen, ich meine einfach nur, um das Netzwerk zu unterstützen, weil das ist ja dann schon viel Energie, die da reingesteckt wird. Und da muss man halt durchaus auch irgendwann profitabel sein, dass sich das lohnt, weil sonst würde man ja auch zig Millionen Dollar, Euro, was auch immer, an Geld verbrennen. Und das macht man ja nicht nur aus altruistischer Motivation, um das Netzwerk zu unterstützen. Ja, und ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz auch nochmal zurück zu dem Sentiment kommen. Das passt ja auch besser dazu. Und zwar, wir hatten jetzt geredet, dass große und kleine Anleger ein bisschen verschieden reagieren. Und jetzt hattest du aber auch noch geschrieben, dass Großanleger aber teilweise Zugriff haben zu anderen Informationen wie die kleinen Anleger. Was sind das für Informationen? Und haben die so einen, wie sagt man, so einen Benefit, weil einfach Großanleger an bessere Informationen kommen und deshalb vielleicht auch den Markt besser timen können? Also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass größere Investoren, also jetzt vor allem sowas wie Banken und so, andere Informationen haben. Das gibt es ja immer mal wieder in den Medien auch Fälle, wo man irgendwie Insider Trading etc. hat. Oder sogar Investoren, die auch den Markt her bewegen können, was ja bei Bitcoin deutlich einfacher ist jetzt als zum Beispiel bei Gold. Und selbst da gab es ja auch mal Manipulationsskandale etc. Ja, also da kann man, ich würde schon sagen, dass man davon ausgehen kann, dass da auch mal andere Informationen da sind zu, was die Politik macht, was andere Anleger machen. Und das würde dann auch wieder gegen die ganzen Trading-Geschichten sprechen, wenn dann irgendwelche YouTuber sagen, hey, hier habe ich die super Trading-Tools und hier könnt ihr mega die Kohle machen, weil die richtig profitablen Trader sind auch die Großen, die dann auch wirklich die Insider-Informationen haben. Und ohne Insider-Informationen ist es wirklich schwierig, mit Trading irgendwie profitabel zu sein. Ja, also oder halt, dass man sogar, wenn man jetzt groß genug ist, kann man ja auch den Markt bewegen. Also du kannst dich positionieren und dann ja auch zumindest haben die die Möglichkeit oder können zumindest versuchen, den Preis in die Richtung zu bewegen, der dann gerade die Position bestätigt. Das ist ja, glaube ich, auch bei Binance so passiert, dass die teilweise gegen ihre eigenen Kunden teilweise gewettet haben. Und ja, das ist natürlich eine unfaire Marktverzögerung. Also ich weiß jetzt den Fall für Binance nicht, aber genau, es kann durchaus ja sein, dass auch Börsen, die sehen ja auch die Order-Books oder was, also Order-Books, wo dann drin steht, zu welchen Preisen, was da welche Positionen sind. Und dann kann man natürlich, wenn man diese Informationen hat, auch sehr gezielt da Preise bewegen, potenziell. Okay, und ihr habt euch jetzt ja vor allem dann, sag ich mal, die On-Chain-Daten angeguckt, aber macht es auch Sinn, Analyse im Mempool machen? Kann man da auch irgendwelche Daten ableiten oder sowas? So Mempool-Analyse, gibt es sowas auch? Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber sicherlich kann man da auch was mitmachen. Also aber habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken zugemacht, also ob das jetzt tendenziell auch was mit Preisen zu tun hat oder ist ja auch immer schwierig. Dann muss man sich ja auch mal fragen, warum ist der Mempool voll, wenn der jetzt irgendwie wegen den Ordinals voll war, muss man ja auch überlegen, was hat das jetzt irgendwie, hat das jetzt eine Auswirkung auf den Preis oder was hat das überhaupt für eine Auswirkung? Und du hattest jetzt auch schon Gold erwähnt und was ich jetzt auch spannend finde, das heißt, hier sieht man jetzt den Gold-Chart, das sieht man den ersten Spot-ETF, 2004 war das Gold. Was könnte jetzt passieren, wenn der Spot-ETF durchgeht und auch was ist das Besondere an einem Spot-ETF? Es gibt ja schon ETFs, Bitcoin-ETFs, aber das sind ja Futures-ETFs und was ist denn nochmal der Unterschied zum Spot-ETF? Und können wir dann hier sowas ähnliches sehen, wie hier, was wir auf dem Gold-Chart sehen, dass quasi Gold immer relativ seitwärts ging, bis dann halt hier der ETF durchging und dann ging es auf einmal richtig bergauf? Ja, also du sprichst ja jetzt auch die ETFs dann in den USA, also so andere Spot-ETFs haben wir ja tendenziell sowas wie in Kanada haben wir das schon oder in Europa haben wir dann diese Exchange-Traded Products, weil hier per Definition aus einem ETF, da ist ja der Name Fonds drin, das heißt, es müssen immer eigentlich mehrere Produkte da drin sein, deshalb haben wir zum Beispiel in Deutschland eher sowas wie Exchange-Traded Products oder Nodes, wo man Bitcoin kaufen kann, aber natürlich gerade in den USA, wenn jetzt da so ein Spot-ETF dann irgendwann mal vielleicht genehmigt wird, hat das ja erstmal vereinfacht, dass vielen Leuten natürlich den Einstieg in Bitcoin, die sagen, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, auf welcher Börse kaufe ich, kann ich meine Coins kaufen und auch sich gar nicht damit dann beschäftigen wollen, dass man das ja selber irgendwo verwahren kann oder sogar gar nicht können, weil es gibt ja auch vielleicht regulierte Investoren, die sonst ganz genau schauen müssen, wie verware ich die Bitcoin und darf ich das überhaupt rechtlich? Und das vereinfacht natürlich so ein Spot-ETF dann einfach erstmal den Einstieg in Bitcoin. Ja, das heißt, wir haben eigentlich drei ultra-bullische Faktoren für einen höheren Preis. Das ist einmal das Halving, dann zweitens die Zinswende, wenn wir wieder niedrigere Zinsen haben und drittens dann die Spot-ETFs. Genau und vielleicht noch auch dazu, es ist ja nicht nur, dass es den Einstieg erleichtert, sondern das ist ja auch irgendwie ein Signal, also wenn auf einmal in den USA ein Spot-ETF angeboten werden darf, auch von der SEC erlaubt wird, dass dann vielleicht auch mehr Leute sagen, Moment, wenn das jetzt irgendwie erlaubt ist in den USA, vielleicht ist da ja doch irgendwie was dran. Ist eigentlich natürlich ein bisschen absurd zu sagen, wir warten darauf, oder man denkt erst darüber nach, ob Bitcoin was sein könnte, wenn so ein ETF erlaubt wird, aber vom Signal ist das natürlich auch für den Markt irgendwie was, wo Investoren vielleicht einfach dann sagen, okay, die müssen ja nicht mal mehr über den ETF kaufen, sondern mehr einfach sich anfangen, damit zu beschäftigen. Ja, es ist halt wie so, Bitcoin wird jetzt erwachsen, ist jetzt nicht mehr, irgendwie kann man nur auf irgendwelchen shady Exchanges haben, sondern jetzt ganz offiziell an den Börsen. Die Institutionellen können zugreifen und das war halt bislang nicht der Fall, weil Institutionelle, die wollen in Bitcoin rein, dürfen sie aber regulatorisch teilweise noch nicht. Oder zumindest schwieriger dann auch. Und das sieht man ja dann auch bei MicroStrategy, dass tendenziell das dann sozusagen der inoffizielle Bitcoin-Spot-ETF ist, weil die so viele Bitcoin besitzen. Und da ist ja sehr einfach, okay, ich kaufe einfach die Aktie und kann dann dem Gewinn partizipieren, so gesehen. Und du siehst es auch, wenn du die Charts übereinander legst, da war immer, sag ich, der Bitcoin-Preis, der Bitcoin-Chart und MicroStrategy, da gab es nie wirklich eine Korrelation. Und seit dann MicroStrategy eingestiegen ist, ist es quasi eins zu eins eine Abbildung von Bitcoin-Chart. Also nicht 100 Prozent, aber natürlich. Ja, aber genau, klar, die besitzen ja mittlerweile so viele Bitcoin, dass das irgendwie so das Haupt, also natürlich, die haben ja noch ihr Business daneben, was auch noch weiterläuft, aber die Bitcoin, die die natürlich halten, machen ja schon einen, also haben einen massiven Einfluss auf den Wert des Unternehmens. Und dann natürlich auch, dadurch korreliert das ja logischerweise dann auch stark. Ja, und was ja jetzt spannend ist, bei Bitcoin und so, da ist ja der ganze Ausschüttungsplan, alles komplett transparent. Wenn die Money-Policy, das siehst du ganz genau, 2010 gibt es so und so viel Bitcoin pro alle 10 Minuten im Durchschnitt, 2100 sind es dann so und so viel. Das heißt, alles ist komplett transparent und alles ist auch, sag ich mal, open source geregelt. Jeder kann das einsehen. Und ich habe so das Gefühl, in unserer aktuellen Wirtschaft ist das so ein bisschen, da hat man gar keinen wirklichen Durchblick mehr, wer macht jetzt wie und wie hängen die ganzen Räder miteinander und welches Rad ist jetzt für was verantwortlich. Und da habe ich auch hier einen Tweet von dir gesehen. Und da sieht man hier das Bild. Vielleicht kannst du uns das mal anhand von dem Bild erklären, was die Komplexität in unserer aktuellen Wirtschaft ist und was man vielleicht aus dem Bild hier mitnehmen kann. Also man sieht die Deficits, Tarifs, dann Inflation Rate, dann sieht man Market Forces, Taxes, Interest Rates, das heißt ganz viele verschiedene Parameter. Genau, also letztlich haben wir einfach ein sehr verbrauchtes System, was ja auch sehr schwierig ist für die meisten einfach zu verstehen oder selbst ja die Leute, die sich mit den Themen beschäftigen. Was ja gerade auch schon an das Geldsystem ist, ja sehr schwierig. Irgendwie zu verstehen, was jetzt mit den Zinsen passiert, wie dann das Geld in die Wirtschaft kommt. Und ja, dadurch, dass wir natürlich auch die Geldmenge sehr stark ausweiten, haben wir auch eine sehr finanzialisierte Welt, also mit ganz vielen auch komplizierten Finanzprodukten. Weil natürlich das ja auch irgendwie zum Zocken und zum Erstellen von diverser Produkte, das haben wir ja 2008 gesehen, wo das Ganze ja dann auch mal schiefgegangen ist, das einfach schwierig macht zu verstehen. Und dann haben wir natürlich, klar, eine globale Welt mit Handel, Handel, aber dann auch wieder irgendwelchen Handelshemmnissen, Steuern, die dann da drauf sind. Und das ist natürlich sehr komplex und letztlich auch ein sehr fragiles System, natürlich. Und da spielt natürlich letztlich die Geldpolitik halt auch die zentrale Rolle. Ja, das heißt, wenn ich dann an einem Rad vielleicht falsch drehe, dann kann es sein, dass es das komplette Wirtschaftssystem durcheinander bringt. Und Bitcoin ist ja im Endeffekt genau der Gegenentwurf. Das heißt, da haben wir nicht das fragile System, sondern da haben wir ein antifragiles System. Das heißt, desto mehr ich auch noch probiere, das System anzugreifen, desto stabiler wird es eigentlich noch. Ja. Ja. Ja, also gerade die Instabilität kommt ja durch, also aus meiner Sicht zumindest sehr viel, weil durch die Geldpolitik, also erst wird das Geld irgendwie, die Zinsen werden gesenkt, um quasi die Wirtschaft anzufeuern. Ähm, das funktioniert ja auch zu einem gewissen Grad, aber zeitgleich, ähm, wenn das Geld günstig ist, ist ja der Nebeneffekt auch, es wird viel spekuliert, wird viel gezockt oder es werden Investments getätigt, die hätten eigentlich nie getätigt werden sollen, aber werden halt alle getätigt, weil es künstlich der Zins niedrig runtergedrückt wird. Ähm, dann kommt sowas wie Inflation oder so, dann werden die Zinsen wieder angehoben. Ähm, ja, aber dann weiß halt kein Mensch nachher, ab welchem Zins, wo welche Produkte irgendwie implodieren. Ähm, das war ja 2008, dann, das haben ja die wenigsten vorhergesehen, dass dann da auch irgendwie, ähm, faule Kredite etc. irgendwo unterwegs sind. Und, ähm, ja, das ist ein, ja, und dann werden die Zinsen wieder runtergesenkt, ähm, wie wir das ja jetzt ja gesehen haben. Und dann werden auch unkonventionelle Geldpolitiken irgendwann gemacht, weil man an der niedrig unteren Grenze ist. Ähm, dann weiß man auch nicht genau, was passiert. Ja, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los und es dreht sich immer weiter. Und, ja, die Spirale geht immer weiter nach oben und wird immer größer. Ja, und ich glaube, das ist halt auch das Fiese auch an der Inflation, weil du es halt nicht direkt auf Anhieb verstehst und es dir auch nicht direkt auf Anhieb wehtut. Das ist halt immer so hintenrum. Und wenn du dann verstehen willst, wie das zusammenhängt, dann ist es halt gar nichts zu, ich meine, allein wenn du mal fragst, wo kommt das Geld her? Ja, ich weiß nicht, das wäre jetzt vielleicht auch die nächste Frage. Du bist ja jetzt auch hier im Wirtschaftsstudium. Ist den Leuten bewusst, wie der Geldschöpfungsprozess funktioniert? Und was sind so die gängigen Dinge, die dir gelehrt werden? Zum Beispiel so, normalerweise wird einem immer gelehrt, Deflation ist ganz schlimm und wenn die Preise sinken, das wäre ganz schlecht. Was ist vielleicht da deine Einschätzung und auch deine Erfahrung aus so einem Wirtschaftsstudium? Ja, also letztlich auch der Geldentstehungsprozess ist ja schon nicht sehr einfach zu verstehen und also würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das perfekt verstehe oder viele Experten verstehen das auch nicht oder die es studiert haben, zumindest nicht in der Tiefe, weil ja, also es kommt auch immer darauf an, was man quasi in seinem Wirtschaftsstudium zum Beispiel macht. Für viele ist Geldpolitik gar nicht deren Hauptbereich zum Beispiel. Der Geldschöpfungsprozess, das ist auch vielen, wenn die Wirtschaft studieren, nicht bewusst, weil es einfach auch so komplex ist. Und dann gibt es ja noch so andere Sachen, zum Beispiel 2% Inflationsziel oder dass wir, Deflation wäre ganz schlimm und so. Wird einem sowas auch gelernt im Studium oder wird da kritisch drüber, wird das kritisch hinterfragt? Also letztlich ist ja die gängige Lehrmeinung, Inflation, also wir brauchen eine leichte Inflation, damit quasi, also jetzt wird es einfach nur praktisch gesagt, wenn die Preise immer weiter steigen, trägt das ja quasi zum Konsum an, weil entweder, was machst du dann, lässt das Geld auf dem Konto liegen, dann kannst du dir natürlich in 10 Jahren auch weniger leisten davon. Das heißt, das verliert ja an Wert, weil die Produkte teurer werden. Die Alternative ist, du investierst. Also wenn du jetzt Geld übrig hast, müsstest du ja dann investieren, um dich gegen die Inflation abzusichern. Da trauen sich verständlicherweise auch viele Leute nicht dran. Und das ist ja die Frage auch, muss das sein, dass wir so ein System haben, wo man investieren muss? Oder du konsumierst halt, weil jetzt ist dein Geld mehr wert als übermorgen, mal ganz plakativ gesagt. Und die gängige Lehrmeinung ist halt, wir brauchen diese leichte Inflation, damit konsumiert wird, weil wenn die Preise morgen günstiger sind, dann ist quasi die Theorie, dann würde man ja auch einfach warten und sagen, ich konsumiere jetzt weniger und dann kaufe ich mir doch erst in 2, 3 Jahren irgendwas, weil dann kriege ich ja viel mehr dafür. Und was ja dann passiert, weniger Konsum, das heißt natürlich auch die Nachfrage sinkt. Das heißt, es hat Effekte auf die Wirtschaft, schwächt die Wirtschaft ab in der Theorie. Weil die Frage ist jetzt, was ist jetzt deine Sicht darauf? Denkst du, es ist wirklich so schlimm, wenn wir in der Deflation sind, sterben wir dann alle? Und für mich hört sich das ziemlich gut an. Das heißt, die Preise sind niedriger, ich habe mehr von meiner Kaufkraft, ich werde quasi belohnt, ich kriege den Anteil von dem Wirtschaftswachstum quasi ab und momentan wird mir nur meine Kaufkraft geraubt. Ja, also in dem jetzigen System, in dem wir leben, würde ich definitiv sagen, dass es wäre Gift für die Wirtschaft, weil dieses schuldenbasierte Geldsystem, wenn wir halt zu viel Deflation haben und so, dann wäre das aus meiner Sicht schon, wenn wir länger Deflation hätten, durchaus problematisch, weil dann ja auch der Effekt ja bei Inflation ist, dass es ja dann deine Schulden auch immer leichter zu bedienen werden und bei Deflation ist es ja genau andersrum. Ich selber bin jetzt nicht an so einer abschließenden Meinung, wo ich sagen würde, okay, Deflation ist per se schlecht oder gut, aber ich bin da auch eher immer so einer, wir müssen ja nicht immer die Extreme haben, sondern das Schöne ist ja, wenn wir uns entscheiden, dass wir so ein desinflationäres Geld wie jetzt Bitcoin alle akzeptieren wollen, dann werden wir es halt auch einfach rausfinden, ob es schlecht oder gut ist oder wir werden uns ja auf irgendwas dann einigen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir jetzt irgendwann voll auf Bitcoin laufen werden oder ob es nicht einfach so sein wird, dass wir vielleicht trotzdem parallel noch Währung haben vom Staat, aber allein durch Bitcoin so ein Druckmittel haben, das vielleicht nicht mehr ganz so extrem agiert wird wie jetzt von den Zentralbanken, sondern einfach viel, viel verantwortungsvoller mit der Geldmengeausweisung auch umgegangen wird, als wir das jetzt vielleicht sehen. Ja, ich denke das auch auf jeden Fall. Das heißt, Bitcoin wird nicht einfach jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre, dann haben wir nur noch Bitcoin, sondern es wird erstens ganz lang parallel sein und zweitens, wenn es dann parallel läuft, dann ist es wirklich halt ein Druckmittel für die Staaten, dass sie wieder gut auswirtschaften müssen, weil sonst fliehen natürlich die Leute. Ich meine, der Gegenentwurf wäre dann natürlich CBDC, dass du keine Kapitalflucht machen kannst, dass du dann die On- und Off-Rams und so weiter zumachst. Das wäre dann so das, sage ich mal, Chaos-Szenario, aber ich glaube auch, dass da ganz lang Bitcoin quasi parallel zu den Fiat-Währungen bestehen wird. Vielleicht dann auch Bitcoin-gedeckte Fiat-Währungen oder whatever. Ich weiß es nicht, das kann auch sein. Und was ich nämlich jetzt auch noch spannend fand, was du hier auch gepostet hast, und das ist auch was, was ich immer beobachte, das heißt, wir haben jetzt hier die Inflation, das heißt, wenn du jetzt deine Kaufkraft schützen willst, wenn du es aufs Konto legst, dann schaffst du es nicht, die Inflation zu schlagen, dann wird dein Geld quasi aufgegessen. Und dann hast du hier gepostet, das sieht man hier zum Beispiel Equities, die haben es geschafft, das sind Aktien, die haben es geschafft, die Inflation knapp outzuperformen. Dann gibt es hier US-Housing, slightly US-Housing, das sind das Immobilien, oder? Genau, Immobilien. Und dann Gold hat es ja nicht geschafft, das heißt? Ja, bei dem Chart muss man natürlich dazu sagen, dass es jetzt nicht die Konsumentenpreisinflation, sondern das ist ja quasi, wo ich mir nur angeschaut habe, die Geldmengenausweitung und ob dann die Assetpreise quasi mit der Geldmengenausweitung mithalten oder nicht. Das heißt, zumindest, das war der Vergleich jetzt auch nicht die Konsumentenpreisinflation. Okay, okay, das heißt, der Konsumentenpreisindex, das ist ja auch theoretisch immer noch ein bisschen verfälscht, weil da sind dann teilweise Konsumgüter drin, die auch teilweise deflationär sind oder wo es sehr viel technischen Fortschritt haben. Und die eigentliche Inflation, zum Beispiel die Assetpreiseinflation, ist ja auch viel höher wie die Consumerpreiseinflation. Ja, natürlich, logisch, weil das ja auch, dass es wo das Geld reinfließt, wenn man sein Vermögen fast absichern möchte oder auch tendenziell auch knapper ist, wenn man Immobilien hat. Und ist das auch so ein Übel von der Inflation, dass du quasi auf der Risikokurve immer weiter hinausgetrieben wirst und quasi jetzt als einfacher Mensch quasi zum Profi-Anleger werden musst und irgendwie am Aktienmarkt und so weiter rumspekulieren musst? Also natürlich, wenn wir jetzt die höheren Inflationsraten, wie wir sie jetzt vorhin zum Beispiel haben oder generell auch, wenn du über längere Frist dein Geld auf dem Konto liegen lassen willst, muss man sich dann schon überlegen, was macht man dann? Und da muss man tendenziell vielleicht auch investieren oder wenn man das Geld dann langfristig für eine Immobilie zum Immobilienkauf haben möchte, muss man sich schon dann überlegen. Und da ist natürlich dann ins Bitcoin die Muthalterative, die man dann nehmen kann. Und das fand ich jetzt auch noch spannend. Da hast du jetzt hier was gepostet. Da sieht man hier die Frage, was davon ist ein Ponzi-Scheme? Und das sieht man einmal hier oben, United States. Und dann sieht man hier die Schulden, wie die wachsen. Dann sieht man hier unendlicher Supply, also unendlich viel Geld. Gedeckt bei nichts, zentral kontrolliert. Und auf der anderen Seite sieht man Bitcoin, fixer Supply, absolut 21 Millionen, fixe Geldmenge. Backed by Energy, okay, da könnten wir jetzt diskutieren, ob das richtig ist. Meiner Meinung nach diskutabel. Bitcoin ist nicht wirklich backed by Energy. Aber es ist natürlich trotzdem, hat es eine Realweltverknüpfung. Und niemand kann es kontrollieren. Das heißt, was davon ist jetzt wirklich das Ponzi-Scheme? Weil zum Beispiel gab es jetzt auch, dem erst neulich die Debatten in Twitter, da haben irgendwelche YouTuber gepostet, Bitcoin wäre das Ponzi-Scheme. Aber ist es wirklich so? Ist Bitcoin ein Ponzi-Scheme? Also allein schon per Definition kann es aus meiner Sicht kein Ponzi-Scheme sein, weil es ist ja nicht dieses, also man hält ja wirklich jetzt nicht physisch die Bitcoin in der Hand, aber wenn du die jetzt auf deiner Wallet hast, bleibt ja immer noch dein Bitcoin, den du hast, ein Bitcoin. Klar, wo der Wert hingeht, kann keiner sagen. Wir beide haben dann eine These, wo dahin geht. Aber es ist ja nicht so, wie bei einem Ponzi-Scheme irgendwie, dass jetzt quasi mein Geld quasi genutzt wird, um andere Investoren dann auszuzahlen. Ja, also letztlich genau aus meiner Sicht ist einfach per Definition schon kein Ponzi-Scheme. Und ist dann Fiat ein Ponzi-Scheme oder per Definition oder geht es zumindest näher an einen Ponzi-Scheme? In gewisser Weise schon, aber jetzt möchte ich jetzt nicht mehr an die Definition gehen, aber es ist halt irgendwie ein System, was nicht auf Dauer gut gehen kann. Und es ist auch ein endliches System, das sieht man auch immer im Durchschnitt. So eine Fiat-Währung hält 27 Jahre und früher oder später gibt es immer irgendwie entweder einen Schuldenschnitt oder irgendwelche Probleme. Ja. Ja, dann haben wir doch jetzt schon ziemlich viel abgearbeitet. Hast du noch eine Frage an mich oder hast du noch irgendwas anzumerken? Nur Anmerkungen, genau. Stakesites und ja, wir sind ja hier im wunderschönen Innsbruck gerade auf der Konferenz und trotz des Bär-Markes ist eine tolle Stimmung hier und ja, das stimmt mich sehr positiv auch für die Zukunft. Ja, cool. Jetzt fällt mir vielleicht noch was ein. Du bist ja auch Hobby-Imker. Was haben denn Dienen mit Bitcoin gemeinsam? Ja, vielleicht das Proof of Work, also man sagt ja auch emsige Bienen und die Bienen sind ja sehr fleißig auch unterwegs und ja, das passt vielleicht ganz gut zusammen. Ja, cool. Und wir haben jetzt, genau, Bitcoin ist so digitales Gold und der Honig ist dann das analoge Gold, flüssige Gold. Ja, und die Bienen, die müssen dann quasi nicht die Bitcoin minern, sondern die müssen quasi die Bitcoin in ihrer Honigwabe schirfen. Ja, genau. Die Gold-Bugs, die müssen dann in die Mine reingraben. Ja. Und so kann man auch quasi den Honig-Supply nicht einfach per Knopfdruck erweitern. Ja. Ja. Und es wird auch nicht kontrolliert bei irgendeiner zentralen Entität, sondern dezentral weltweit gibt es überall verteilte Honigwaben. Genau, und der Bienenstock funktioniert ja auch sehr dezentral, also dass wenn nicht irgendwie das eine Bien entscheidet, irgendwie da vorne ist es toll, sondern die fliegen ja alle aus und dann fliegen ja die Bienen und dann kommen die wieder zurück und dann kommunizieren ja die Bienen untereinander und dann sagt die eine, oh da ist ganz viel toller Nektar, Blütenpollen, dann fliegen andere dahin und irgendwann kommunizieren halt mehr Bienen zum Beispiel und kommen so zu einem Konsens, wo es jetzt gerade sinnvoll sein könnte zum Beispiel hinzufliegen. Und was macht die Bienenkönigin? Die macht letztlich gar nicht so viel, die ist vor allem zum Eierlegen da. Ah, okay. Also die kann sehr wenig bestimmen, also die Bienen, die anderen Bienen bestimmen eigentlich auch, wo sie jetzt quasi hingeht zum Eierlegen und so. Also eigentlich ist der Begriff Königin so ein bisschen dann irreführend, also sie halt nicht gar nicht so die macht. Also die ist natürlich zentral wichtig, weil ohne die Königin kann der Bienenstock nicht überleben, aber hat jetzt nicht so viel zu sagen. Aber gibt es so eine Rangordnung bei den Bienen oder ist jede Biene gleich im Rang? Letztlich sind die mehr oder weniger gleich im Rang und dann wird halt ja, wie gesagt, über diesen Entscheidungsprozess, wenn eine kommt und kommunizieren, also über die Art, wie die kommunizieren. Wenn ein Bienen jetzt wilder kommunizieren, dann wissen die, okay, da könnte wirklich was sein und dann fliegen auch mehr andere dahin und die geben dann auch wieder Feedback. Und dann, wenn halt eine große Menge sagt, wie zum Beispiel, da gibt es viel Nektar, Honig, dann fliegen auch viele Bienen in diese Richtung. Aber das ist dann nicht letztlich nicht eine Biene, die das bestimmt, sondern mehr Bienen oder ein Großteil der Bienen. Ich glaube, was natürlich bei Bitcoin noch etwas besser ist, dass es halt wirklich fix zu Blei gibt. Das ist ja beim Honig theoretisch nicht so. Genau. Und es ist auch vorhersägbar, also nicht abhängig von irgendwelchen Wetter oder Stromschwankungen. Ja, stimmt. Das heißt, alle 10 Minuten hast du 6,25 Bitcoin. Wenn es zum Beispiel schlechtes Wetter ist, dann hast du zum Beispiel gar keinen Honig. Ja. Natürlich, schlechtes Wetter können wir jetzt auch sagen. Irgendwie die chinesischen Bitcoin-Miner wurden abgeschaltet. Dann hast du natürlich auch für eine gewisse Zeit, dass die Blöcke langsamer reinkommen. Aber dann wird es ja wieder angepasst. Das heißt, du hast weniger Bienen, hast du weniger Hashrate. Ja. Weniger Honig, weniger Nektar. Ja, ja, ja. Ja, mega spannend. Das heißt, lass uns noch wissen, wo können wir dich finden, wenn wir dich fragen wollen, wenn man dich finden will. Vor allem auf Twitter. Einfach, genau. Folgt mir auf Twitter. Ja. Ja, da bin ich zu finden. Dann bedanken wir uns beim Zuschauen. Peace out. Bis dann. Wir sehen uns. Liken, kommentieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Der Jan, der kann bestimmt auch noch was beantworten. Oder wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Proof of Work Bienen am besten zum Honig machen bringt. Wir bedanken uns. Bis dann. Peace out. Ciao, ciao. 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 Ciao.